Aus Liebe, aus Lichtenberg. Der wöchentliche Podcast des Lichtenberger Bürgermeisters Michael Grunst. Immer freitags nach eins berichtet er von der Woche im Rathaus, vom Leben im Bezirk, von besonderen Menschen. Hallo aus dem Lichtenberger Rathaus, willkommen beim 52. Bürgermeister-Podcast. Mein Name ist Michael Grunst, ich bin Ihr Lichtenberger Bezirksbürgermeister. Hallo, ich grüße Sie auch. Mein Name ist Katharina Gerlach. Herr Grunst, mit wem sprechen Sie denn heute in der Rubrik Kümmerer und Macherinnen? Heute mit Steffen Reinicke. Er ist Vorsitzender des Bezirks Elternausschuss Schule in Lichtenberg. Wir sprechen über Schulplätze und alles, was mit Schule zu tun hat. Es ist ein spannendes Gespräch. Das glaube ich, vor allem, weil morgen ja Einschulung ist und ein ganz aufregender Tag für die Familien. Wie viele Kinder werden eigentlich morgen in Lichtenberg eingeschult? Wir schulen 2800 Kinder in 38 Schulen ein und wir haben auch eine kleine Überraschung für die Kinder, nämlich einen Gutschein für einen kostenlosen Bibliotheksausweis für die Lichtenberger Bibliotheken. Oh, das ist schön. Das ist schon mal ein guter Start. Apropos guter Start beim Theater Karlshorst, da gibt es ja auch schöne Neuigkeiten, oder? Ja, das Theater Karlshorst wird jetzt saniert. Die Stiftung der Hobo-G, also die Stiftung Stadtkultur, hat ja dieses Haus übernommen und fängt jetzt an mit der Sanierung und hat vor allem jetzt angefangen, in Karlshorst auch kulturelle Angebote zu machen. Und coronabedingt natürlich draußen, sodass jetzt nicht nur die Theatergasse mit den Jazz-Treffen auf dem Festplatzveranstaltungen anbietet, sondern auch die Stiftung Stadtkultur. Also es ist inzwischen eine richtige Kulturmetropole Karlshorst. Schön. Am letzten Wochenende war ja jede Menge los und Sie waren auch viel unterwegs. Ich war viel unterwegs. Ich war am Sonntag unter anderem beim Hohenschönhausener Gartenlauf. Das Highlight und Laufereignis in Hohenschönhausen kommen vieler Läuferinnen und Läufer aus Berlin. Und organisiert wird dieser Lauf von den Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern. Und es ist wirklich fantastisch, mit welchem Ehrenamt und Engagement so eine große Laufveranstaltung auch organisiert wird. Dann war ich beim Sommerfest des Mies van der Rohe Haus. Das ist ja eine der wichtigsten Zeugnisse vom Bauhaus mit hier in Berlin. Es steht in Lichtenberg, es ist ein kommunaler Eigentum und wir haben es in den letzten Jahren wirklich gut entwickelt. Insbesondere ist es natürlich den Fördervereinen zu verdanken, aber auch der weiteren Frau Dr. Nuack, die da wirklich geschafft hat, eine weltweite Reputation zu erlangen. Und es hat auch das Wochenende gezeigt. Also da waren Bundestagsabgeordnete wie Frau Dr. Lötzsch, Herr Kessler waren da. Es waren die ehemalige Kulturstaatsministerin Frau Weister und viele, viele andere Gäste. Also es war ein großartiges Sommerfest und es ist einfach schön. Es gab aber nicht nur schöne Veranstaltungen, sondern auch wichtige. Zum Beispiel die Mahnwache in der Bernhard-Bestlein-Straße. Aus welchem Grund fand die Stadt? Der Anlass war ein abscheulicher. Ein Mann hat eine nicht-binäre Person beleidigt und mit einer Schusswaffe bedroht. Und zwar menschenfeindlich bedroht. Und das ist schon eine besondere neue Qualität, dass Menschen mit Schusswaffen bedroht werden. Nur weil sie einigen offensichtlich nicht in den Kram passen. Und das widerspricht nicht nur jeglichen Gesetzen, sondern es widerspricht auch wirklich unseren moralischen Kompass in Lichtenberg. Und nicht nur in Lichtenberg, sondern auch Berlin und bundesweit. Denn wir sind vielfältig und die Menschen sollen sich sicher fühlen, egal welche sexuelle Orientierung sie haben, egal aus welchem Land sie kommen. Deswegen verurteile ich diesen Übergriff und wir unterstützen auf jeden Fall die Akteurinnen der queeren Community solidarisch. Und wir wollen einfach, dass dieser Hass und diese Übergriffe enden. Und deswegen haben wir die Mahnwache gemacht. Dann war ja diese Woche ganz wichtig, der Impfgipfel von deinem Dienstag statt. Mit heftigen Ermunterungen an alle, sich impfen zu lassen. Was halten Sie denn davon, dass alle den Test ab Ende Oktober selber bezahlen sollen? Ich bin da skeptisch. Erstmal bin ich dafür, wirklich weiter massiv zu werben, dass die Menschen sich impfen lassen. Und ich finde, da darf sich die Politik auch nicht so einfach machen, sondern wir müssen jetzt wirklich in die Wohngebiete rein, in die Lebenswirklichkeiten der Menschen und sagen, lass dich impfen. Und das auch mit wirklich zielgruppengerechten Ansprachen. Und dafür müssen wir werben, weil nur das Impfen wird uns helfen, die Pandemie zu überwinden. Und ich habe die Befürchtung, wenn die Tests jetzt Geld kosten, dass sich manche Leute dann überhaupt nicht mehr testen lassen und wir dann eher eine weitere Dynamisierung des Infektionsgeschehen haben werden. Und deswegen halte ich es für falsch, die Tests bezahlen zu lassen. Ich denke, die Impfung ist die große Lösung, ist werben für Impfen. Und ich kann nur mal zwei Beispiele aus unseren Partnerstädten. Das eine ist, kann man Bukwana nennen. Die haben da überhaupt keinen Impfstoff. Das ist eine dramatische Situation jetzt mit der neuen Welle. Ich habe einen Hilferuf aus Hohan Kim bekommen von meinen Amtskollegen, die mich angefragt haben, ob wir Möglichkeiten sehen, ihnen Impfstoff zu liefern. Also während die Länder des globalen Südens wirklich händeringend Impfstoff brauchen, gibt es immer noch Menschen, die sagen, sie lassen sich nicht impfen. Also ich habe einfach wirklich die Bitte, die Skepsis zu überwinden. Man schützt sich selber und vor allem das Wichtigste auch, man schützt andere, indem man nicht selber dann eine Gefahr darstellt. Also lassen sie sich impfen. Das ist der beste Weg, um aus der Pandemie herauszukommen. Es gibt eine neue Broschüre in Lichtenberg, die heißt Das ist Lichtenberg. Und man könnte sagen so, naja, da stehen ganz viele Zahlen drin, Statistiken, das muss doch langweilig sein. Aber Sie haben schon im Vorfeld gesagt, nee, das ist überhaupt nicht langweilig. Haben Sie ein paar Zahlen für uns, die Sie vielleicht auch verwundert haben? Ja, mich hat vieles verwundert, also weniger die 80 Sprachen, die in Lichtenberg gesprochen werden, sondern dass wir zum Beispiel auch 90 schottische Hochlandränder in Lichtenberg haben und verschiedene andere statistische Zahlen, auch dass 20 Prozent unserer Flächen Grünflächen sind. Das sind spannende Zahlen, die auch Lust machen, sich weiter zu vertiefen. Und das ist wirklich ein schönes, kurzes und kompaktes Heft über Zahlen und Fakten. Und die Broschüre wird in den öffentlichen Einrichtungen des Bezirks ausliegen, zum Beispiel in Rathaus und Bibliotheken. Werfen Sie mal einen Blick rein und das macht Lust auf mehr. Und auch den Bezirk etwas besser kennenzulernen natürlich und vielleicht auch Neuigkeiten zu erfahren. Sehr schön. Es gab ja den runden Tisch Don Juan Center. Der ist jetzt beendet worden. Was sind denn die Ergebnisse? Wir haben ja den runden Tisch Don Juan Center durchgeführt, weil wir das Don Juan Center als wirklich einen wichtigen Bestandteil hier im Bezirk sehen. Zum einen für die vietnamesische Community, aber weit darüber hinaus. Es kommen ja Menschen inzwischen aus Europa, um das Don Juan Center zu besuchen. Und es ist ja auch das größte Bekannte. Es ist ja sogar noch größer als das in Hanoi. Und wir sind dabei, eine stadtplanerische Absicherung für das Don Juan Center vorzunehmen. Da gibt es noch unterschiedliche Vorstellungen, einerseits vom Don Juan Center, die durchaus die bewährte Mischung, die sie haben, auch beibehalten wollen. Und dann gibt es natürlich auch Vorstellungen der Stadtplanung. Das haben wir miteinander verglichen. Wir haben gesagt, was kann ein Weg sein, um das miteinander hinzubekommen. Da gibt es einerseits jetzt den Aufstellungsbeschluss des Bezirksamtes, was sich klar zum Don Juan Center bekennt. Und wir haben auch dem Don Juan Center signalisiert, gerade die berühmte Mischung, also aus Dienstleistungen und Angeboten im Don Juan Center beizubehalten, empfehlen wir dem Don Juan Center einen vorhabenden bezogenen Bebauungsplan. Also mir ist es besonders wichtig, dass wir das gemeinsam mit den Menschen im Don Juan Center machen, weil es gibt unglaublich viele Menschen, die da drin ihre Existenz aufgebaut haben. Und es ist auch integrationspolitisch sehr, sehr wichtig, dass wir da gemeinsam auch vorwärts gehen. Und da werden wir auch noch weitere Partner suchen, nämlich die Senatsvertretung für Stadtentwicklung, die Senatsvertretung für Wirtschaft. Aber ich denke, dass es sehr gut ist, dass wir jetzt an diesem Punkt gemeinsam gelangt sind. Und da möchte ich mich auch bei der ZUX-Vordnetenversammlung bedanken und insbesondere natürlich auch beim Vorsteher Herrn Bosse, der sich da massiv dafür eingesetzt hat. Herr Grunds, haben Sie denn Tipps fürs kommende Wochenende? Ich weiß, normalerweise hätten Sie morgen einen Termin in einer Grundschule, mindestens in einer und hätten auch was dabei. Ja, also ich hatte eigentlich vor, am Samstag zu der Einstellungsfeier in die Gymnachschule zu gehen, um auch gut den kostenlosen Bibliotheksgutschein zu überreichen. Wir haben uns darauf verständigt im Bezirksamt, wir werden es nicht tun, eben aufgrund der steigenden Inzidenzzahlen und der Pandemie. Und ich denke, dass es auch sehr verantwortungsvoll ist. Ich habe auch mit der Schulleiterin gesprochen und wünsche trotzdem eine wunderbare Einstellungsfeier und dass die 2800 Kinder in unserem Bezirk einen guten Start ins Schulleben haben. Wir haben aber auch noch weitere Themen, nämlich den Kitzspaziergang unter freiem Himmel, nämlich in der Gernsichstraße. Das ist da, wo die ehemaligen vietnamesischen Vertraßarbeiter Häuser sind. Da wird ja in den nächsten Jahren sehr viel passieren. Da wird ein Wohnungsneubau entstehen. Eine Schule wird gebaut. Es wird eine Kita gebaut. Es werden sicher viele Fragen sein zur verkehrlichen Erschließung. Und der Projektentwickler, nämlich Berlopock und Hobogen, machen mit uns gemeinsam diesen Kitzspaziergang. Wir werden natürlich auch zum alten Dorfkern über die Straße gehen, zur Tatowkirche. Und es gibt abschließend auch noch ein kleines Konzert in der Kirche. Also Sie sind alle herzlich eingeladen. Start ist 10 Uhr. Und zwar an der Tramstation Gernseestraße. Also wer am Samstag Lust hat und zwei Stunden Zeit, ist herzlich eingeladen, das neue Projekt in Wohnschönhausen sich erklären zu lassen. Und am Sonntag haben wir unseren 20. Familienwinter. Den veranstaltet das Bezirksamt gemeinsam mit dem Pferdesportpark Berlin-Karzhorst. Es ist freier Eintritt. Ab 12 Uhr sind alle herzlich eingeladen. Ein spannendes Programm mit Kinderfest, mit Pferderinnen. Und ich freue mich besonders auf die Big Band der Shostakovich Musikschule. Die Dozentinnen und Dozenten der Musikschule wollen sich einfach bedanken beim Bezirksamt und bei den Menschen im Bezirk, dass sie mit unterstützt wurden, durch die Pandemie zu bekommen. Und dieses Konzert der Big Band ist ein Dankeschön der Dozentinnen und Dozenten der Musikschule. Da merkt man für jeden eigentlich was dabei. Lichtenberg ist ein familienfreundlicher Bezirk. Das sieht man auch wieder an diesem Wochenende. Welche Termine stehen denn für nächste Woche schon fest? Nächste Woche merkt man richtig, dass die Ferien zu Ende sind. Wir haben eine sehr intensive Woche, aber das macht sich auch schön und spannend im Job. Am Dienstag werden wir eine Gedenktafel einweihen, nämlich eine Erinnerungstafel für Kurt Schneider, welcher von Neonazis ermordet wurde. Das wird in der Rudolf-Freustraße um 12 Uhr stattfinden, am 17.8. gemeinsam mit der Gedenktafel-Kommission und Antifaschistinnen und Antifaschisten. Wir haben wunderbare Termine wie das Richtfest in der Pauliunenstraße, wo eine integrierte Sekundarschule entstehen wird. Das ist wirklich wunderbar, so eine Termine, weil das zeigt, dass wir in der Schulbau-Offensive nicht nachlassen. Wir werden eine Kita eröffnen, eine Erweiterung eröffnen, nämlich in der Kita 1000 Füßler. Ich gebe es deswegen so hervor, weil uns die Schaffung von Kita-Plätzen ziemlich wichtig war in dieser Legislaturperiode. Hier haben wir jetzt zusätzlich 107 Kita-Plätze geschaffen. Und ich stehe vor der Aufgabe, gemeinsam mit der Jugendsenatorin die größte Kita Berlins damit zu eröffnen. Es werden nämlich 358 Kinder in dieser Kita zukünftig sein. Und trotz der Größe hat diese Kita wirklich ein erfahrenes pädagogisches Angebot, sodass jedes Kind sich darin auch wohlfühlt. Und nicht zuletzt habe ich auch am kommenden Mittwoch, den 18. August um 15.30 Uhr vor Ort beim Verein für aktive Vielfalt in der Riebnitzer Straße meine nächste Bürgersprechstunde. Auch dazu sind Sie herzlich eingeladen. Okay, das ist Mittwoch, 15.30 Uhr in der Riebnitzer Straße 1b. Herr Gunst, viel haben Sie vor in der nächsten Woche. Wir wünschen Ihnen ein ganz, ganz schönes Wochenende. Uns allen natürlich auch. Und wir denken an die Erstklässler und ihre Familien, wünschen einen guten Start. Und mit Schule geht es hier auch weiter. Kümmerer und Macherinnen. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Bürgermeister-Podcasts. Heute im Gespräch Steffen Reinicke. Steffen Reinicke ist Vorsitzender des Bezirkselternausschusses Schule in Nichtmerk. Herzlich willkommen, Herr Reinicke. Ja, schönen guten Tag und lieben Dank für die Einladung. Ja, wir haben ja viel miteinander zu besprechen. Es ist ja momentan mehrere Themen, die sich rings um Schule ballen. Aber als erstes, Herr Reinicke, was ist denn der Bezirkselternausschuss Schule und wie wird man eigentlich Vorsitzender des Bezirkselternausschusses Schule? So, ja, das ist eine gute Frage. Jeder kennt das. Die Elternsprecher halt in den Klassen, in den Schulen, in den Klassen gewählt werden ja die Elternsprecher. Die werden dann gewählt in die Gesamtelternvertretung und aus dieser Gesamtelternvertretung werden dann halt Eltern entsandt in den Bezirkselternausschuss sozusagen als Bindeglied zu den bezirklichen Belangen halt der Schule. Wie man dazu wird, ist eine gute Frage. Man ist lang Mitglied, hängt sich gut rein und findet auch genug Sachen, wo man sich engagieren möchte und muss. Die gibt es zweifel ohne. Und so bin ich dann ja zum Bezirkselternausschussvorsitzenden wohl gewählt worden. Da sind wir ja gleich beim Thema. Es gibt ja eine ganze Menge Themen, die sich rings um Schule ballen. Das erste ist wahrscheinlich, wo wir ja seit Jahren auch im Gespräch sind und nicht nur im Gespräch, sondern es werden ja auch Schulen gebaut, Schulen vorbereitet. Aber alles kommt natürlich auch für die Eltern, auch für uns als Kommunalpolitik, möglicherweise für Lichtenberg zu spät, ist natürlich der Grundschulmangel, Grundschulplatzmangel. Ja, das ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung. Das ist einer der Gründe, weshalb ich mich im Bezirkselternausschuss vielleicht auch etwas mehr engagiert habe. Der Schulplatzmangel, ich konnte ihn sehen halt an der Grundschule damals meines Sohnes, an vielen anderen Schulen auch. Es gibt eine Schulbauoffensive, es werden auch Schulen gebaut, aber es sind halt viel zu wenige. Also die Berliner Schulbauoffensive und die Schulbauprojekte werden auch gern halt in hohen Tönen gelobt. Aber ein bisschen daraus in Acht gelassen wird der dennoch rasant weiter wachsende, eklatante Schulplatzmangel. Also das mag jetzt vielleicht den einen oder anderen verwundern. Den Eltern gar nicht so wichtig ist die Anzahl Schulen, die gebaut werden, sondern halt nachher, dass jedes Kind halt einen Schulplatz bekommt an der Schule, die nicht überfüllt ist. Das, das denken wir, das fällt häufig halt hinten runter. Also gerade in einem Bezirk, der halt im Beinamen familienfreundlicher Bezirk zu stehen hat, da würden wir uns deutlich mehr erwarten, weil es sind jetzt schon einige Schulen zu fast 200 Prozent belegt. Die Kinder stapeln sich quasi in den Schulen, Kinder werden in Bussen durch halb Lichtenberg geschattelt und immer gerade dort untergebracht, weil man noch ein Plätzchen für sie findet. Einige Kinder sehen in den ersten drei Schuljahren drei unterschiedliche Schulgebäude. Und das meinen wir, so kann es nicht weitergehen und so kann es auch nicht sein. Also ich stimme Ihnen da völlig zu, weil als wir 2017 hier übernommen haben, haben wir jetzt angefangen, die ersten Schulen zu bauen. Aus meiner Sicht hätte die Schulbauoffensive fünf Jahre eher beginnen müssen, weil es war völlig klar seit 2012 spätestens, dass die Stadt wächst, dass gerade in den Ostbezirken nicht nur ein massiver Wohnungsbau im Gange ist, sondern auch, dass die Menschen wieder Familien gründen. Und man hätte aus meiner Sicht auch früher starten müssen. Es wird auch eingeräumt von denen, die Verantwortung trugen in der letzten Legislaturperiode. Was mich da dann auch ärgert ist ja, weil es sind ja gerade die Startbedingungen für die Schülerinnen und Schüler, die ja wichtig sind in dem Zusammenhang. Und wir wissen ja selber, dass erst eine gute Schulbildung eigentlich auch eine gute Ausbildung, ein gutes Studium möglicherweise auch einen guten Job ermöglichen. Und es sind ja Dinge, wo wir uns, da haben Sie ja völlig recht, als familienfreundlicher Bezirk das auf die Fahnen schreiben. Ja, insofern kann ich auch den Ärger völlig nachvollziehen, dass gerade was bestimmte Gegenden in Hohenschönhausen, aber auch Karlshaus betrifft, hier wirklich alles ein bisschen zu spät kommt. Wir reden ja auch nicht nur über die Situation in der Grundschule, sondern offensichtlich ist das Vergabesystem nicht ganz gerecht, wenn ich es richtig verstanden habe, Herr Reinicke. Na ja, was heißt nicht ganz gerecht? Es passt einfach nicht mehr in die Zeit, weil das Vergabesystem auf eine Zeit zurückzuführen ist, in der es genug Schulplätze gab. Und die gibt es halt momentan nicht. Und es kann nicht sein, dass über 300 Lichtenberger Schülerinnen und Schüler dem Bezirk verlassen müssen, weil sie halt an ihren drei Wohnschulen keinen Platz mehr gefunden haben. Und es ist auch nicht, dass sie dann halt in den Nachbarbezirk kommen. In der Regel sind das halt Bezirke, die halt echt weit weg sind, also deutlich über eine Stunde Fahrzeit pro Richtung. Und die muss man entgegenwirken. Und da muss in dem Vergabeverfahren was getan werden, damit die Kinder halt doch wohnortnäher halt beschult werden können. In der Regel gehen dann viele Eltern dann auch einen Widerspruch über die Schulzuweisung und meistens löst sich das nach vorne auf, was aber auch richtig ist. Ich glaube, dass man hier möglicherweise in der Erfahrung, gerade des diesen Jahres, berlinweit, auch nochmal gucken muss, ob man bestimmte Sachen nachjustiert. Also ich habe Eltern gehabt, die völlig verzweifelt waren, dass ihr Kind plötzlich mal Schalottenmuck muss, weil die Fahrzeit für so ein Kind, was in die siebte Klasse geht, ein zwölf-, dreizehnjähriger, ist schon ein ziemlicher Hammer in so einer Situation. Hilft jetzt auch nicht in dem Augenblick, dass wir jetzt natürlich jetzt im Sommer den Grundständigen für eine große ISS und ein Gymnasium in der Allee der Kosmonauten, weil die wird erst in drei Jahren fertig sein. Also ich glaube, es muss schon wirklich eine Nahsteuerung sein, dass zumindest wohnortnah dann auch die Schulversorgung insgesamt erfolgt. Auch wenn immer wieder hingewiesen wird, dass die arbeitenden Schulen ja berlinweit gelten, finde ich relativ schwierig. Das will ich ganz offen sagen in der Diskussion. Klar ist, wenn man sich wünscht, als Lichtenberger in Spandau aufs Gymnasium zu gehen, ist das in Ordnung so. Aber wenn man es eben nicht wünscht, dann finde ich, sollte man schon die Möglichkeit haben, zumindest in dem Bezirk oder in einem grenzenden Bezirk einen Schulplatz zu bekommen. Es ist ja auch nicht nur der Schulweg an sich, woran die Eltern halt Anstoß nehmen, sondern es ist ja halt auch die gewünschte Schulform, welche die Kinder teilweise nicht bekommen. Das heißt, Kinder, die halt eigentlich auf eine ISS wollten, landen auf einem Gymnasium. Kinder, die auf ein Gymnasium wollten, landen halt irgendwo in Berlin halt auf einer ISS. Und dann teilweise nicht mal mit Gymnasialer Oberstufe. Das wird den Wünschen der Kinder und Eltern in keinem Fall gerecht. Ich gebe jetzt zu, ich bin Anhänger der Gemeinschaftsschule. Wie sehen Sie das eigentlich, das Thema Gemeinschaftsschule? Ja, da gibt es durchaus verschiedene Meinungen halt im Bezirkselternausschuss als auch in den Landesgremien. Ich persönlich denke halt, wenn der Bedarf nach Gemeinschaftsschulen da ist und auch von den Eltern, dann sollte Gemeinschaftsschulen auch nichts im Wege stehen. Das ist aber meine persönliche Meinung. Ich finde es ja gut, wenn Kinder so lange wie möglich gemeinsam lernen. Dagegen spricht da dann auch nicht ein Gymnasienbesuch oder eine andere Schulform. Aber der Grundsatz, finde ich, sollte schon sein, dass Kinder so lange wie möglich gemeinsam in der Schule lernen. Also ich, mehr hat es auch nicht geschafft. Ich habe bis zur 10. Klasse gemeinsam mit meiner Klasse gelernt. Wenn wir über Schule reden, kommen wir am Thema Pandemie nicht vorbei. Die Pandemie hat ja gerade in den letzten anderthalb Jahren massiv in den Schulalltag eingegriffen. Für so ein Kind sind anderthalb Schuljahre eine ganze Menge Zeit. Wie ist denn die Einschätzung von Ihnen beziehungsweise auch von den Eltern des Bezirkes? Was ist schlecht gelaufen? Wo muss man nachsteuern? Ja, ich glaube, das Einzige, worin sich alle Eltern einig sind, ist, dass die Pandemie halt bildungstechnisch sehr geschadet hat, dass die Kinder doch teils erhebliche Lernumstände haben. In Bezug auf die Maßnahmen, auf die Corona-Maßnahmen, sind die Eltern halt genauso zwiegespalten wie der Rest der Gesellschaft auch. Was wir Eltern uns natürlich gewünscht hätten, ist halt, dass mehr getan wird, halt technisch in den Schulen. Dass man schneller damit gekommen wäre, halt die Schulen dann halt zumindest über Funk halt mit Internet auszustatten. Das hatten wir auch gefordert gehabt als Eltern. Und dass Luftfiltergeräte halt wirklich in allen Räumen stehen. Da hat die Senatsverwaltung halt nur ein paar finanziert zuerst. Die hat der Bezirk auch relativ schnell besorgt. Auch Geräte, die durchaus brauchbar sind im Schulalltag. Die Geräte, die jetzt teilweise halt vom Land kommen, halt von der BIM organisiert, die sind teilweise Katastrophen, so laut, dass man sie im Unterricht nicht einsetzen kann. Ja, also Digitalisierung ist halt wirklich ein ganz großes Thema. Das würde auch zur Bildungsgerechtigkeit beitragen, weil es gab Schulen halt, die waren sehr gut ausgestattet. Schulen, die waren weniger gut ausgestattet. Es gab Lehrkräfte, die haben sich richtig reingehängt. Und Lehrkräfte, denen war das Thema halt bis dahin fremd und haben sich dann halt vielleicht auch ein Stück weniger reingehängt in das Thema. Und je nachdem ist dann halt mehr oder weniger Bildung halt auch bei den Schülerinnen und Schülern angekommen. Und genau, da wäre es wichtig, halt in Sachen Digitalisierung auch nochmal zu gucken, was kann der Bezirk da tun? Ich weiß, dass die Schulleitungen zum Beispiel nicht mal ausgerufen darüber bekommen, wie viel Gelder ihnen noch aus dem Digitalpakt zustehen. Das ist auch kein, das kann auch nicht sein, weil die Schulen müssen natürlich sehen, dass sie halt irgendwie die Digitalisierung auch für sich an den Schulen vorantreiben. Oftmals ist ja übrigens ein Problem, dass gar kein schnelles Internet an der Schule anliegt. Also wir haben manchmal die Situation, dass wir über Glasfaser an den Schulen mit den Kommunikationsunternehmen reden müssen. Das gehört ja auch noch dazu, dass man eigentlich denkt, mitten in der Metropole Berlin, dass es hier Gebiete gibt, wo kein schnelles Internet vorhanden ist. Das ist auch manchmal nicht zu fassen in der heutigen Zeit. Und was aber natürlich auch klar ist, dass eine Transparenz dazu gehört, wo die Mittel sind und sind im Vergleich mit den anderen Bezirken ganz gut, was die Ausschöpfung der Mittel für den Digitalpakt betrifft. Aber das heißt ja nicht, es soll ja kein Maßstab sein, sondern wir gucken wirklich, dass wir gemeinsam jetzt relativ zügig auch die Schulen so ertüchtigen, dass sie dann auch in der Digitalisierung den entsprechenden Standard haben, den sie auch haben sollten. Und was mich ja nochmal interessiert, wie haben Sie eigentlich als Bär in den letzten anderthalb Jahren kommuniziert? Sowohl mit den Schulen, also mit den Vertretungen in den Schulen, aber auch untereinander. War das vor allem digital oder waren Sie auch vor Ort, haben sich Dinge angeguckt? Also wir im Bezirkseltern-Aufschluss sind schnell auf Videokonferenzlösungen umgestiegen. Bei uns ist nur eine einzige Sitzung ausgefallen. Das sah an den Schulen anders aus. Also da haben Elternversammlungen teilweise gar nicht stattgefunden. Und es war auch keine Mitwirkung von Eltern möglich. Und der Informationsfluss war auch eher stockend. Also wir haben ausschließlich digital kommuniziert mit unseren Mitgliedern im Bezirkseltern-Aufschluss. Und das hat auch hervorragend geklappt. Also es ist möglich. Was denken Sie, was denn besonders notwendig sein wird, in den nächsten Monaten bei Schule zu achten? Also klar ist, dass wir gucken müssen, was die Corona-Pandemie betrifft, dass da die richtigen Maßnahmen auch getroffen werden. Aber Sie haben ja vom Lernrückstand gesprochen. Was denken Sie denn, worauf das in den nächsten Monaten bei Schule vor allem ankommt? Also erst mal, dass die Lernrückstände halt irgendwo erfasst werden. Mir scheint es so, als wenn die Senatsverwaltung da kein richtiges Konzept hat, wie Lernrückstände erfasst werden und wie danach dann auch damit umgegangen werden soll. Klar ist sozusagen, man hat dort mit Sicherheit aufgenommen, dass es diese gibt. Und man verheimlicht diese auch nicht. Nur mir fehlte halt ein klares Konzept, wie damit umgegangen werden soll. Allein mit den Ferienschulen wird das nichts werden. Also ich finde es ja gut, dass die jetzt im Sommer wieder stattfinden und stattgefunden haben. Aber es sind halt auch Jahrgangsstufen ausgeschlossen worden wieder. Und es war wieder halt auch sehr kurzfristig, drei Wochen vor Ferienende war es, glaube ich, wo die Schulleitungen informiert wurden, dass es stattfindet. Und die Senatsverwaltung, ihre Pressebeteiligung hat dann selbst auch noch geschrieben, dass sie froh sind, dass sie das so kurzfristig organisieren konnten. Ich meine, sie hatten dafür ein Jahr Zeit gehabt. So etwas hätte man auch längerfristig planen können. Na ja, organisieren tun sie halt die Kolleginnen und Kollegen auch vor Ort dann. Ich habe ja wirklich riesen Respekt, sowohl natürlich vor den Kindern, vor den Eltern, aber natürlich auch vor den Lehrkräften in den Schulen, die in den letzten 18 Monaten viel ermöglicht haben oder auch unter schwierigsten Corona-Bedingungen arbeiten. Herr Reinicke, am Ende des Gesprächs hat jeder Gast immer noch drei Wünsche. Was wären denn Ihre drei wichtigsten Wünsche, wenn jetzt eine gute Fee kommen würde und sagen, Herr Reinicke, Sie haben jetzt drei Wünsche frei? Das wäre natürlich einmal halt irgendwie den Schulplatzmangel an den Grundschulen zu beheben, weil wir haben jetzt ungefähr 2000 fehlende Schulplätze an den Grundschulen, wenn man die fehlenden Schulplätze aufsummiert aus der letzten Schulentwicklungsplanung. Und für das Ende des Betrachtungszeitraums 25, 26 haben wir über 4000 fehlende Schulplätze an den Grundschulen. Das wäre ein Thema, wo ich mir von der guten Fee wünschen würde, das zu beheben und von Ihnen mir natürlich auch wünsche, auch wenn ich den Wunsch vielleicht nicht frei habe, sich dafür stark zu machen, dass das halt so nicht kommt und dass mehr Schulen halt in die Schulbau-Offensive aufgenommen werden. Das wäre mein dringlichster Wunsch. Also den Wunsch, den werden wir erfüllen, den müssen wir sogar erfüllen, weil es gibt ja eine Schulpflicht. Und insofern ist es völlig klar, dass bedarfsgerechte Schulen auch gebaut werden müssen. Allein in Karlshorst werden ja vier neue Schulen gebaut. Das ist ja wirklich durchaus sehr anspruchsvoll, was da gerade in die Wege geleitet wird. Und ich weiß auch, aber da sind wir wieder beim Anfang, dass das alles nicht schnell genug geht. Jetzt kommen aber noch die anderen beiden Wünsche. Also den ersten Wunsch, ich denke, der wird erfüllt. Ja, der zweite Wunsch, der hat auch mit den Schulplätzen zu tun, das ist der Übergang zu den weiterführenden Schulen, dass Schülerinnen und Schüler halt wieder wohnortnäher halt auch an den weiterführenden Schulen untergebracht werden können. Und vor allem halt in der gewünschten Schulform. Und Wunsch Nummer drei, um auch mal was Positives zu nennen, ist, dass die Anstrengungen halt in der Demokratie und Umweltbildung halt in Lichtenberg fortgeführt werden. Da gibt es schöne Projekte, auch durch Mitwirkung von Schulamt, Bezirksamt und vielen anderen Beteiligten in Lichtenberg. Dazu zähle ich jetzt mal den Schülerinnenhaushalt, die U18-Wahl, den Tag der Umweltbildung, finde ich sehr wichtige Themen. Und das sollte man auf jeden Fall beibehalten und vor allem dann halt auch wirklich versuchen, halt noch dafür zu werben, dass es halt allen Schülerinnen und Schülern möglich ist, halt an diesen Projekten auch teilzunehmen. Vielen Dank, dann schließe ich mich mal den Wünschen an. Ich danke mich, dass Sie dabei waren und vor allem auch für Ihr ehrenamtliches Engagement und der Ihrer Mitstreiterinnen. und hoffe weiter auf eine konstruktiv-kritische Diskussion und Begleitung, weil es geht ja am Ende um die Zukunft unserer Kinder. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ebenfalls herzlichen Dank für die Einladung. Das war der wöchentliche Podcast des Lichtenberger Bürgermeisters Michael Grunst. Immer wieder freitags nach eins. Kommentare und Themenvorschläge sind willkommen. Per Mail an pressestelle.lichtenberg.berlin.de oder auf der Facebook-Seite von Michael Grunst. Aus Liebe.